Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crysis 2 zum, denke ich, großen Finale. Ja, wir sollen hier diesen Sperr infiltrieren. Wir haben nicht viel Zeit. Was immer Sie da im HF gemacht haben, machen Sie es nochmal. Viel Glückmals. Tampferd aktiviert. Oh. Tampferd abgeschlossen. Tampferd aktiviert. Tampferd aktiviert. Okay, das ist viel, viel Sprengkraft. So. Eieieiei, was ist hier los? So, wir sollen erst mal, egal wohin, darüber. Okay, was gibt es da? Stealth Marshal. Stealth Marshal. Tampferd aktiviert. Tampferd aktiviert. Tampferd aktiviert. Kommen wir da rüber? Wahrscheinlich hier über diesen ... Oh, hier ist schon wieder gut was los. So, mal schauen. Unentdeckt bleiben ist heute die Wiese. Tampferd aktiviert. Was ist da? Nö, hier kommen wir rüber. Ah, okay, da hoch müssen wir. Da hoch müssen wir! Na komm. Wie kommen wir hier am besten hoch? Hier wahrscheinlich nirgends wo. Ich würde sagen, hier So, wir wurden noch nicht entdeckt Sehr gut, sehr gut Also sehr hell sind die Jetzt Scheiße, wie kommen wir hier hoch? Moment mal Wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Da hinten etwa? Nee Ah, okay Hier hinten geht's lang So, laden wir noch mal kurz unseren Energieschild auf Oh, da hinter Da müssen wir hin Hier müssen wir hin Andere Seite Fuck Nein Kommen wir an dem vorbei Oder müssen wir töten Okay, keiner hat's gecheckt Sehr gut Jetzt springen wir gleich hier runter So So, da haben wir schon mal Nummer 1 Ich hab auch hier so ein Alien Trotzdem mal von Latz zu ballern Oh, da kommen sie gleich wieder alle Oh, 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 oh Ja So, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier rüber Da steht auch schon wieder so ein Trottel Auf die andere Seite Ich nehme an, da ist dasselbe wohl noch einmal Oh nein Hoffentlich entdeckt uns jetzt keiner Ich bin hier eigentlich ganz sicher So, wie's aussieht Kommt da hier hoch? So, hier ist das andere Hier irgendwo ist das andere Okay, irgendeiner hat uns gesehen Irgendeiner hat uns gesehen Hier ist das andere Sehr gut Okay, okay Da müssen wir uns nochmal aufladen vorher Das Beste, wir verstecken uns hier mal kurz So Da ist es Da ist es Die haben uns nicht gesehen Ah, was ist das heute? Aufregend So, Nummer 2 Das sieht gut aus Jetzt ist keine Zeit zum Kämpfen, Mann Die müssen wieder rein Ah, okay Der Arm ist auch weggebrochen So So Wieder hier rüber Würde ich sagen Infiltrieren Sollen wir Okay, da hoch Ah, okay Da ist wahrscheinlich noch so ein Arm Scheiße Jetzt haben wir es verkackt Jetzt haben wir es verkackt Verstecken So Okay Mal schauen, ob sie uns entdecken Oder ob sie uns nicht entdecken Andere Seite Oh, ich flipp hier aus Ist denn das für ein Mist? Okay Sie haben uns nicht nochmal entdeckt Was ist denn das für eine Kacke hier? Das hat keiner entdeckt Bis jetzt Oh, doch Ah Egal Mach das Ding jetzt platt So Nummer 3 Wie sieht es aus? Es gibt keinen anderen Weg da durch Sie müssen runterspringen Okay Da hinten sollen wir rein, glaube ich Ich glaube, da hinten sollen wir rein Wir haben bis jetzt Keine noch schossen Das ist ja Wahnsinn Ist das Fuck Der hat uns gesehen Der hat uns gesehen Oh, 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 oh Probleme Shit Ah, die haben uns wieder gesehen Oh, 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 oh Scheiße Scheiße Oh, das ist der Große Naja, da haben wir keine Chance Aber Fuck Aber Fuck 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 scheiße so wo war unser letzter spielstand jetzt ist keine zeit zum kämpfen mann sie müssen wieder rein wo waren wir denn jetzt ach so ja okay ich weiß nicht wie es ist wenn wir schleichen verbrauchen wir auf jeden fall viel weniger aber sind natürlich auch viel langsamer ich hoffe hier entdeckt und es ist keiner ach du scheiße ok 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 so wie es aussieht scheinen wir erst mal wieder so gut die beruhigen sich langsam wieder oder über die sparenleitung soll man rüber ah hier kommen wir in den drohen warum sagt mir das keiner aber rüsten sie sich aus bevor sie was 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 oh was denn jetzt so ist ja jemand so wie es aussieht ist ja erst mal niemand ich glaube da sollen wir rein oh mein gott Die Tarnfeld Alcatraz! Sie sind direkt an ihnen dran! Sehen die mich? Die Tarnfeld ist aktiviert! So, ich glaube die sehen mich nicht! Jetzt muss ich nur noch irgendwie hochkommen Scheiße, wie komme ich denn jetzt da hoch? Ist irgendwie hier hoch Ah, das war's Shit, 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 shit! Na ja wirklich nicht Shit, 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 shit! Shit, 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 shit! Ich dachte, die funktioniert besser Ich hab gedacht, die funktioniert besser Ich hab echt beschissene Waffen gerade dabei, sehe ich auch so Ich hab echt beschissene Waffen gerade dabei, sehe ich auch so Das gibt's doch gar nicht Jawoll! Das war Nummer Uno Ein Hammer Ah, leck, 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 leck Komm schon, aufladen, danke Danke Scheiße, scheiße, scheiße Lad auf! Ich hab doch keine Munition mehr, was ist denn das für ein Mist, ja? Boah! Boah, war's noch zwei? Ne! Shit! Shit! Ach so, ach so, ach so, das nächste ist ja, ich muss ja auch da hoch Ich müsste ja auch mal da hoch Wie komm ich denn jetzt da hoch überhaupt? Verdammt! Einmal hier rüber Einmal hier rüber Einmal da rüber Da muss ich doch rein, da muss ich doch rein Und wie geht's auf? Und jetzt? Wie soll ich denn hier infiltrieren? Hallo? Wie soll ich das jetzt infiltrieren? Kann mir das jemand verraten? Oh fuck, keine Munition Ganz toll! Shit, verweck! Rast mich aus! Wo ist denn die Scheiß-Munition jetzt hier gewesen? Wo ist denn die Scheiß-Munition jetzt hier gewesen? Ach, sag nicht, ich muss die Fiecher töten Das kann natürlich sein Ey, ich bin schön doof, oder? Ich glaube ich muss die töten Weil jetzt mal wo ich die eingetötet habe Kamen hier Ein paar mehr Prozent dazu Dieses da ist 25% 50% Da ist er Ja, genau so war's Jawel, genau so war's Ah, und jetzt geht das ja auch Der Befehl von Stratcom ist gerade durchgekommen Oh, Leck Leck, Leck, Leck Da kommt schon wieder welche Los, Los Hören Sie, Alcatraz Die Sproche ist reaktiv Das Ganze ist ein Fundsystem Sie müssen in den Wänden nach Cyborg-Verkabelung suchen Reißen Sie die Hilfe jetzt an Und einen Teil davon raus Oh, oh, was ist denn hier geboten? Alter Schweder Oh, ich glaube meinen Anzug löst es sich auch Oh, ich glaube meinen Anzug löst es sich auch Alter Schweder Alter Schweder Ja, jetzt bin ich ja gespannt Hey Totemann Wahnsinns Trip, was? Sie dachten ich wäre weg? Nun Hab ich mir auch gedacht Vergessen Aber der Anzug Aber der Anzug, Mann Hargreave hatte recht Der Anzug stellt alle Regeln auf den Kopf Sie sind in mir drin Die Seph Sie sind reingekommen Ich musste den Link zum Ausgang unterbrechen Sonst hätte ich völlig die Kontrolle verloren Und sie Sie waren da Direkt vor mir Und lagen im Sterben Mann Ich musste die Chance nutzen Und ihnen die Möglichkeit geben Zu beenden Was ich angefangen hatte Das war unsere einzige Hoffnung Sehen Sie Nicht nur New York Nicht nur Lingsham Wissen Sie Die Seph gibt's wirklich schon ewig, Mann Und sie haben überall gebaut Überall Die Sprecher Wir haben heute hier gesiegt. Aber das Ganze hat gerade erst angefangen. Sie und ich, Marine, wir sterben jetzt noch nicht. Wir müssen zurück, dorthin, wo wir gebraucht werden. Ist da der Force Reckon Marine, der gerade am Central Park gefunden wurde? Der Zeugler von Jacob Hargreens Namor-Hülle? Moment, ich optimiere den Ziel. Ah, besser. Hör Sie gestatten, dass ich mich vorstelle? Karl Ernst Rush wird zu Ihren Diensten. Und Sie sind... Man nennt mich Profit. Profit. Ja, ganz toll. Das scheint es gewesen zu sein. Was haben wir denn versammelt? Ja, okay. Was haben wir denn freigeschaltet? Flashback. Achso, okay. Das war's gewesen. Crisis 2 ist zu Ende. Ja. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Und bei euch, dass ihr dabei wart. Und ja, gebt mir doch ein kurzes Feedback über die Kommentare oder schreibt mir eine persönliche Nachricht. Wie hat euch das Let's Play gefallen? Was könnte man besser machen? Was fandet ihr gut? Was war nicht so gut? Also ich würde mich da auf jeden Fall über ein Feedback sehr freuen. Wenn alles gepasst hat. Ist natürlich schön. Wenn es was gibt, bin ich für Kritik immer offen. Und versuche die natürlich auch erfolgreich umzusetzen. Ja, zum Spiel. Bin ein bisschen froh, dass es vorbei ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir nicht ganz so gut gefallen wie der erste Teil. Da war der erste Teil doch bedeutend spannender. Bedeutend aufregender, meines Erachtens. Crisis 2 muss ich ganz ehrlich sagen. Ersten Teil nicht getoppt. Das auf jeden Fall. Die Wow-Effekte haben gefehlt. Das habt ihr während des Let's Plays bestimmt auch immer mal wieder gemerkt, dass ich mich darüber aufgeregt will ich nicht sagen. Aber ein bisschen geärgert habe. Dass solche, naja, einfach solche Wow-Situationen komplett gefehlt haben bis jetzt. Und auch das Ende, muss man sagen, war wohl eher lächerlich. Meines Erachtens. Gut. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Crisis 2 ist beendet. Das ist übrigens mein allererstes Let's Play Projekt, was komplett beendet wurde. Ja. Weil Anno, hm, habe ich noch nicht ganz von der Liste gestrichen. Na gut. Wir sehen uns bei meinen anderen Let's Plays. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend. Bis dahin. Tschüss.